Bitte kein Bosskampf, ich will das nicht. Moin! Neues Level von Gadgetto Guardian. Challenges in Bauersers Firecastle for all. Good luck. 3 von 179. Das ist doch der Wahnsinn. Da haben wir Bock drauf, das wird. Ich stehe gerade einfach mit mit meinem Schreibtischstuhl wieder auf dem Kabel von meinem Headset. Aber das ist ja schon ein Zustand, an den wir uns alle gewöhnt haben. Okay, Alter. Ja. Ich kriege gerade richtig heftige Mario Maker 1 Vibes hier. Das wird geil. Leute, da brauche ich jetzt erstmal... Pass auf. Ich hole mir mal was zu trinken hier. So. Alles klar. Dann setze ich mich jetzt mal richtig hin. Weil wenn man nicht richtig sitzt, kann man nicht richtig spielen. Ja. So. Mhm. So das. Ein Schluck Kaffee. Attacke. Es gibt ja Leute, die werden vom Kaffee ruhiger. Ich gehöre vielleicht auch nicht dazu. Ab einer gewissen Menge an Kaffee ist es dann doch wahrscheinlich so. Oh, aber ja, ja, ja. Oh, 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 oh. Ja. Also. Es ist ja wieder so eine Typenfrage hier, finde ich. Ich sehe das ganz ehrlich wie andere Leute, die ich auch kenne. Unter anderem Fuki. Ich finde Warten einfach auch irgendwie kacke. Ich weiß nicht. Irgendwie ist das nicht so meine Lieblingsmechanik. Was ist das? Das sieht so ein bisschen aus wie wenn die Nachbarn eine Silberhochzeit feiern hier. Okay, jetzt geht mal kein Power-Up hier. Nice. Okay, das ist Sind das Schniedel da oben? Solche kleinen Animuschniedel oder was? Oh. Ach, ich kann ja schon weiter hier. Ach, was heißt denn hier warten? Ich kann doch da drüber springen. Hör mal. Hör mal, das geht doch. Ja, man muss irgendwie sich reinfühlen. So, jetzt das. Das ist ja machbar hier. Zack. 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 Dann sind wir schon drüber. Yep. So, jetzt Power-Up, bitte. Nice and Stein, Alter. Also bis hierhin geht's. Bis hierhin geht's. Das kann man lernen. Ja. 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 Egal. Oh, nö. Oh, bitte kein Bosskampf, Alter. Bitte kein Bosskampf. Ich will das nicht. Du weißt genau, dass ich das nicht mag. Du weißt genau, das ist nicht mein Fall. Ich meine, viele Leute sagen, ja, Bosskampf ist in Ordnung, aber ich... So, da ist er. Wer kommt denn da zurück? Kommt zurück, kommt zurück. Wer kommt denn da zurück? Kommt zurück, kommt zurück. Ja, wer kommt denn da zurück? Kommt zurück, kommt zurück. Ich... Ja, ich bin ein Winner. Das sieht so unbefriedigend aus. Aber vielleicht hat jemand versucht, den Weltrekorder zu holen. Man weiß es nicht. Auf jeden Fall. Schöner Level. Herz hast du gekriegt. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Mit Norwin, glaube ich. Ja, nächstes Mal ist Norwin dran.